Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Anfang Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Anfang dieses Jahres habe ich beschlossen, etwas Neues zu lernen. Anfang dieses Jahres habe ich beschlossen, etwas Neues zu lernen. Der Anfang einer Geschichte muss den Leser sofort fesseln. Der Anfang einer Geschichte muss den Leser sofort fesseln. Am Anfang hatte ich Zweifel, aber mit der Zeit wurde alles klarer. Am Anfang hatte ich Zweifel, aber mit der Zeit wurde alles klarer. Das Anfangsstadium einer Idee ist ebenso wichtig wie ihre Umsetzung. Das Anfangsstadium einer Idee ist ebenso wichtig wie ihre Umsetzung. Am Anfang eines Abenteuers stehen oft unerwartete Begegnungen. Am Anfang eines Abenteuers stehen oft unerwartete Begegnungen. Anfang nächsten Monats plane ich einen Kurzurlaub in den Bergen. Anfang nächsten Monats plane ich einen Kurzurlaub in den Bergen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. ать Begegnungen? 네. Begegnungen in aufpassen.